Und damit schon mal von mir ein herzliches Hallo von mir. Die Alliierten sind in Alarmbereitschaft, aber wir haben ein paar Terror-Drohnen abgesetzt, die in der Stadt für Angst und Schrecken sorgen werden. Stören Sie das Alliierte vor, dass unsere Invasionstruppen einfliegen können? Ungesehen. Neues Einsatzziel erreicht. So, ich hab ja gesagt, also wir haben, der Moschwin, der hat ja leider... Geben wir ein wenig Gassi mit diesen Terror-Drohnen. Eine Einheit wird angepasst. Der ist halt in der letzten Folge so gesehen kaputt gegangen. Also der hat seine Basis verloren, deswegen hab ich gesagt, komm, weißt du, warte mal hier nochmal. Weil ich alleine gegen die, ja, die attackieren echt einen. Deswegen, da müssen wir echt aufpassen, ne? Deswegen dachte ich mir, komm, machen wir nochmal. Aber wenn, dann sollen ja schon... Sollen wir beide das schaffen, ne? Einheit verloren. Der Erzabbau in Fort Bradley wurde gestoppt. Sie sind entschieden zu weit gegangen. Doch diesmal werden wir für Sie bereit sein. Kommt schon! Ihre Invasionstruppen sind unterwegs. Bleiben Sie auf Empfang. Ihre Invasionstruppen sind eingetroffen. New York wird vermutlich bald in Kommandogratum benannt. Okay. Dann machen wir mal, ne? Tesla-Panzer einsatzbereit. Neues Einsatz zu erhalten. Kommt jemand mit? Brücke vor. Wo haben Sie eigentlich diese Tesla-Panzer her? Eine Einheit wird angegriffen. Auf zur Erleuchtung. Da würde ich sagen, let's go, ne? Ganz Ihrer Meinung. Zeit für einen Stromstoß. Unser Verbündeter wird angegriffen. Der ist geröstet. Eine Einheit wird angegriffen. Isolieren nützt noch nichts. Wie ein Christbaum. Zeit für einen Stromstoß. Man läuft doch schon mal ganz gut. Wie ein Christbaum. Feindliche Einheiten entdeckt. Twin Blade. Seht ein Alarm bei Reinschaft. So. Bleiben Sie auf. Eine Einheit wird angegriffen. Wohin jetzt? Einheit verloren. Machen wir einen Besuch. Dieses Gebiet gehört uns. Bin online. Ganz Ihrer Meinung. Dann zerstört man das hier. Können wir endlich mal eine Basis wieder bauen. Einsatz 10 erreicht. Kein schlechter Leiter. Wieso sie klein ist? Es reicht. Ich werde die Alarmstufe erhöhen. Dann macht er mal. Okay, beim letzten Mal war das schon ein Genickbruch für uns, ne? Wir hatten Zeiten. Hör ihr roten Spinner. Da ist noch etwas, wovon wir die Alliierten noch schnell erlösen sollten. Ihr hohles Symbol der Freiheit. Zerstören Sie die Freiheitsstatue, dann bauen wir unser eigenes Monument. Dann wird es offensichtlich, die kommunistische Revolution ist zur führenden Macht geworden. Okay. Ja, aber diesmal bauen wir die Defensive schnell. Also wir bauen alles Mögliche so schnell wie möglich. So dass wir diesmal keine Probleme haben werden. Neue Bauoptionen, neues Einsatzziel erhalten. Orbitalschauer bereit. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wir stehen kurz davor, etwas ganz Großes zu vollbringen. Und ich wusste immer, dass ich dieses allierte Park eines Tages vernichten würde. Es wird mir viel Vergnügen bereiten. Wird gebaut. Die Pläne für die Vakuum-Bombe des Premierministers stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Feindliche Einheiten entdeckt. Ausbildung. So. Eine Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Ausbildung abgeschlossen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ausbildung abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ausbildung abgeschlossen. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Da. Schaltet sie aus. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Neues Bonusziel erhalten. Feindliches Kommando geortet. Ja. Schießen wir sie ab. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Wird gebaut. So. Am besten so schnell wie möglich alles bauen. Geht's los? Sind an Alarmbereitschaft. Wer ist noch übrig? Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Habe ich jemanden übersehen? Bau abgeschlossen. So. Wird gebaut. Wird gebaut. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Batterien sind aufgeladen. Batterien sind aufgeladen. Ziel wählen. Batterien sind aufgeladen. Feindliche Einheiten entdeckt. Batterien sind aufgeladen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Batterien sind aufgeladen. Abgebrochen. Wird gebaut. Systeme bereit. Batterien sind aufgeladen. Kampffreie Gabe erstellen. Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Ungeeigneter Bauplatz. Jetzt machen wir noch das Kriegslabor bauen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Stingray. Wird gebaut. Dann eine Akula-Au-Boote. Bau abgeschlossen. Ach, guck mal, die sind zerstört. Sehr nice. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Das ist richtig nice. Akula-Au-Boote bereit für den Tauchgang. Also diesmal ist anscheinend der Moskwin so ein bisschen besser. Sehr geil. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Akula-Au-Boote bereit für den Tauchgang. Industrie-Kräne für den Bau von Gebäuden und die Repertoire. Okay. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ach, guck mal, die Natascha können wir sogar machen. Akula-Au-Boote bereit für den Tauchgang. Ausbildung. Ach komm, die brauchen wir nicht. Abgebrochen. Ich bin bereit. Yeah. Fuck. Akula-Au-Boote bereit für den Tauchgang. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Stingray. Ist da draußen was? Verstanden. Wir kommen. Ist da draußen was? Verbindung vorbereitet. Wird angegriffen. Orbital-Schauer bereit. Einheit verloren. Höchste Ziel. Energiezufuhr. Spürt die Energie. Jetzt. Los. Wird gebaut. Bleibt er hinten dran, Männer. Das sieht euch aus den Augen. Verstehen Sie. So. Haben wir das schon mal erledigt. Feindliche Tüftung entdeckt. Sehr geil. Orbital-Regen bereit. Bau abgeschlossen. Hört ihr das? Feindliches Kommando geortet. Wird gebaut. Ziel wählen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bauen wir mal 10 Stingrays. Systeme online. Batterien sind aufgeladen. So viel Druck. Batterien sind aufgeladen. Eine Einheit wird angegriffen. Versinken Sie jetzt. Batterien sind aufgeladen. Verfolgen. Einheit verloren. Feuer das Anrollen. Batterien sind aufgeladen. Versinken Sie. Vorwärts. So. Batterien sind aufgeladen. Alle Systeme stabil. Jetzt bin ich aber richtig sauer. Wird gebaut. Batterien sind aufgeladen. Hat sie angehört wie Tanja. Ja, die läuft jetzt. Psst, leise. Batterien sind aufgeladen. Abgeschlossen. Feindliches Kommando geortet. Wir jagen sie. Errichten Sie in der Nähe der Fort Bradley Erzminen eine Basis für zusätzliche Ressourcen. Äh, nein. Das kann nicht sein. Ich... Unsere Twin Blades können Infanterie und Fahrzeuge über den Fluss transportieren. Diese Wölfin hat wie eine Löwin gekämpft. Das gebe ich zu. Wir warten. Feindliche Einheiten entdeckt. Unser Verbündeter hat angegriffen. Twin Blade Inspektion abgeschlossen. Batterien sind aufgeladen. Aber diesmal sieht das schon viel besser aus. Eine Einheit wird angegriffen. Twin Blade Inspektion abgeschlossen. Ich bin bereit. Wir kommen. Wir müssen hier alles erledigen. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Statuieren wir ein Exempel. Feindliche Einheit entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Die Befälle sind klar. Die Befälle sind klar. Die Befälle sind klar. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Ziel wählen. Die Befälle sind klar. Sehr gut. Unzureichende Mittel. Bau abgeschlossen. Zu wenig Energie. Bau abgeschlossen. Grinderketten autorisiert. Wo sind die Bomben? Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Wir warten. Ah, ja. Wo sind diese Würmer? Systeme online. Ja, sehen wir da drüben nach. Ah, ja. Wo sind diese Würmer? Elendere Abschau. Eine Einheit wird angegriffen. Dann los. Irgendwas gesehen? Irgendwas gesehen? Das Gerät sind wir entdeckt. Räumen wir auf. Feier. Näher uns zählen. Die Befälle sind klar. Dann los. Mhm. Okay. Spulen bereit. Sehen wir es dort. Müsste funktionieren. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Irgendwelche Freiwilligen. Ist da draußen was? Klettern wir da ab. Sehen wir es dort. Ist da draußen was? Spulen bereit machen. Einheit verloren. Fästet sie. Mal sehen was passiert. Spulen verstärken. Drückt nichts los. Sie beschädigen die Systeme. Abgeschlossen. So. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Was krass. Ich habe etwas für den Feind. Wird gebaut. Dann bauen wir mal ein paar MIG Jäger. Feindliche Einheiten entdeckt. MIG bereit für Erkundungsflug. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Nähen uns. Was darf es sein? Wir sind der Erkundungsflug. Ich muss warten. MIG bereit für Erkundungsflug. Der hätte mal warten sollen. MIG bereit für Erkundungsflug. MIG bereit für Erkundungsflug. Feindliche Reveneuer entdeckt. MIG bereit für Erkundungsflug. Ich glaube die Dinger wären richtig nice. war noch ein paar davon hat man nicht zwei aber da komme ich gar nicht hin ich kann einfach nicht verstehen wieso sie soweit sie haben einen maulwurf eingeschleust na klar wer ist noch übrig da riecht ihr das Kirov meldet sich zum Dienst. Wird gebaut. Abgebrochen. Wird gebaut. Habe ich jemanden übersehen? Kampffreigabe erteilt. Kirov meldet sich zum Dienst. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Bau abgeschlossen. Wo ist der Feind? Soll ich irgendwas machen? Ich mache Premierminister Stolz. So. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Dann kommen wir mal mit unseren Kirovs. Alarm. Alliierte Fallschirmjäger. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ja, ist nicht so schlimm. Wird gebaut. Wir warten. Ah, ja. Ich habe nichts getan. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Nicht uns. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Die Befülle sind klar. Und unser Verbündeter wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Ein Sammler wird angegriffen. Äh? Rekrut meldet sich zum Dienst. Wir haben einen Wander verloren. Repariert. Rekrut hier. Endlich darf ich kämpfen. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Repariert. Wird gebaut. Ich habe etwas für den Feind. Bau abgeschlossen. Wir sächern uns dort. Hm. Wir sächern uns dort. Sehr wohl. Eine Einheit wird angegriffen. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Seht gut aus. Setzen wir ein Zeichen. Wunderbar. Ich dachte schon, Sie fragen nie. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bald. Einheit verloren. Repariert. Eine Einheit wird angegriffen. Ziel wählen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Kennen wir uns. Sehr gut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Orbital Regen bereit. Ziel wählen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. muss ich einen Sammler jetzt bauen? Ja. Wird gebaut. Muss ich. Rekrut meldet sich zum Dienst. Jetzt wird gesammelt. Massenproduktion update autorisiert. Feindliche Einheiten entdeckt. Das ist alles zerstört, zum Glück. Ich denke mal, die Mission kriegen wir auch in dieser Folge noch. Man muss sie einfach hier loswerden, irgendwie. Die ganzen Einheiten. Ach, hat der jetzt auch eine Vakuumbombe? Ey, yo, hat der. Sehr nice. Anscheinend bot der das nur, wenn ich das auch habe. Ja, ich glaube, da war es jetzt. Worldplate-Inspektion abgeschlossen. Batterien sind aufgeladen. Oh, Mann. Batterien sind aufgeladen. Unzureichende Mittel. Batterien sind aufgeladen. Oh, was hat er denn da? Ich bin bereit. So, dann gehen wir mal mit den Stingways. Endere Lokomotor. Sehen wir es dort. Bist du funktionieren. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Feindliche Einheiten entdeckt. Magnetsatellit bereit. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wir kommen. Einen Moment, bitte. Wir kommen. Landnahme läuft. Ja, aufgeladen. Einheit verloren. Wir kommen. Fahrwerk aktiviert. Energie zu full. Elektroden aufladen. Was sind das denn für Einheiten, ne? Entladen. Aufladen. Spulen verstärken. Orbitalguss bereit. Ziel wählen. Eine Einheit wird angegriffen. Mal sehen, was passiert. Alles entladen. Feindliche Einheiten entdeckt. Ziel wählen. Feindliche Einheiten entdeckt. Das haben wir jetzt geschafft. Wir müssen halt nur noch das hier zerstören. Feindliche Einheiten entdeckt. Vakuum-Bombe braucht. Ziel wählen. Alle Systeme stabil. Energie zu full. Ja gut. Ich dachte, das würde reichen, die Vakuum-Bombe. Das war mal so richtig was zum Lachen. Zu sehen, wie die Welt erbäbt vor uns. Sie sollte nach Haus kommen. Sie werden dort sicher als großer Kriegsheld empfangen. Ich bleibe noch etwas hier, glaube ich. Ich bin süchtig nach mehr. Spaß. Sie haben es geschafft. Die Alliierten sind bezwungen. Dank Ihnen, Kommandant, ist die ganze Welt nun eine wunderbare, große Sowjetrepublik. Ja, haben wir es geschafft, Leute. Auf Sie, Kommandant. Das Volk möchte seine neue Premiere sehen. Die Zukunft gehört Ihnen, Kommandant. Die Zukunft gehört Ihnen. Ja, damit war es dann mit den, mit den Sowjets. Liebe Leute, das heißt, in der nächsten Folge beginnen wir mit den Alliierten. Ich bin mal gespannt, wie das mit den Alliierten wird. Die Einheiten haben wir ja so ein bisschen gesehen. Also die haben ja eine Chronosphäre, aber mehr hatten sie auch irgendwie nicht, oder? Doch, eine super Waffe hatten die, glaube ich, noch. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit den Alliierten wird. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch erst mal vielen Dank fürs Einschalten. Bewertungen und Kommentieren nicht vergessen. Würde mich auch wirklich riesig freuen. Und falls ihr den Abo-Button noch nicht geklickt habt, auch gerne in den Abo-Button klicken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.